Von dem Abend heute habe ich sehr viel Positives mitnehmen können. Der Anlass war vielleicht nicht ganz toll. Ganz wichtig ist zu sagen, es sind sehr wichtige Persönlichkeiten hier gewesen, sehr wichtige Eindrücke, die ich dann bekommen konnte aus dem Feld, aus dem Bereich, wo was geleistet wird. Menschen, die sehr nah an Jugendlichen sind und auch die Erfahrungen mitteilen konnten. Wir haben natürlich sehr traurige und bedauerliche Ereignisse hören dürfen. Aber ich glaube, es war ein Kreis, ein Raum, in dem man sich aussprechen konnte. Das Allerwichtigste ist, in einer Zeit, wo man doch sehr vieles beim Sprechen abwiegen muss, und muss abwiegen muss, ist es ein ganz schöner Raum gewesen, wo man doch wie eine Therapie, wie in einer Therapie man sich aussprechen konnte. Vielleicht sind wir nicht zu einem Ergebnis gekommen, vielleicht brauchen wir mehr derartige Zusammenkünfte. Aber es hat meiner Seele gut getan. Ich habe gesehen, es gibt Menschen, die an dem Problem arbeiten. Es gibt Menschen, die Hoffnung spenden. Und das nehme ich heute Abend mit.